4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5... Und das dann vier Mal hinten, aber jetzt ist es fertig, also muss ich neue Dinger machen, das heißt wir brauchen Holz. Dann packe ich mal wieder. Ja, 16? Holz? Braucht man immer, ne he. Okay, los. Schon wieder irgendwas runtergesprungen. Runtergefallen. Ja. Brauchst du dann auch mal ein Zauntor, oder? Ich mach jetzt. Okay, das langt eigentlich für ein Gehege hier. Was langt für ein Gehege? Das langt für ein Gehege. Ja, das langt für ein Gehege. Ja, dann gibt's Holz, 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 Holz. Da. Mann, das ist genau von meinen Augen und ich seh's nicht. Wieviel brauchen wir noch? So viel, oder? Viel, viel, viel. Sehr, so viel, wie wenn man zwei Stacks Holz in Stäbe macht. So viel. Also es ist sehr viel. Boah, das ist aber massig viel. Das sind vier, also zwei Stacks Holz gibt's zwei Stacks Stäbe. Das haben wir jetzt nochmal durch. Die Hälfte. Okay, ich will keine Wolle nehmen. So, und jetzt kommt nochmal, äh, 64. Mach jetzt. Jetzt noch. Drücke ich falsch, ich schritte falsch. Saplings. Mehr. Oh. Wo bist du? So, hier bräuchte ich mir dann wieder ein Soundtor. Ja, wenn du das jetzt, ähm, dann machen wir jetzt hier noch das andere Gehege, weil da hinten geht's nicht. Gut. Ja, hier kommt jetzt das andere, ja, sag ich doch. Meint ich ja. Ist auch so sinnlos hier. Kann man noch folgen, äh, was? Geh weg. Hau ab. Ja, das war jetzt eins, zwei, drei. Und jetzt noch das vierte, wenn's mal geht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, sechs, sieben. Und dann nochmal noch da. Guck. Machen wir hier drastens das Crew-Gehege. Gut, und jetzt hab ich noch 34, äh, ja, super. Oh, jetzt brauch ich den Soundtor. Eins, zwei, 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 drei. Und Holz. Oh. Ja, das war eins. Okay. Da kann ich... Äh, du hast jetzt Stäbe und... Ja. Oh, zja, muss der sowieso erst da hinhauen, also... Stimmt ja. Äh... Okay, geh da runter. Hau ab. Ey, der Sta... Der... Ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Feder ist, oder ob du das aussiehst, das Schwein war grad eben auf dem Zaun drauf. Aber es kommt nicht raus, sowieso. Ja, ist es manchmal. Hä, wo's... Die Kuh ist grad geflogen, oder so? Oh, dieses Schwein, ey. Ey! Was willst du tun? Komm her. Ey, wieso hält nicht weg? Ja. Ich hab die doch nur geschlagen. Komm her. Du lässt mir die Kuh einfangen. Ey, nicht da reingehen. Toi, jetzt ist mal ein Schwein freiwillig in Gehege rein. Ja, super. Komm rein hier. Wow, 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 wow. Komm rein. So. Ey, nein! Ach, weißt du, dann für mehr ist er halt... Jetzt schlag die doch... Super. Ja, super, jetzt hast du geschlagen jetzt. Ja, ist doch drin. Du musst keine Liebe mehr machen. Ja, ist doch so. Hättest du nicht geschlagen, dann hätten wir jetzt ein kleines. Ist doch so. Schieb alles auf mich. Hast du grad gemacht? Über den einen sind dein Herz und den anderen auch jetzt. Jetzt hast du geschlagen, jetzt nicht mehr. Herz. Ja. Ja, ich bin an allem schuld. Lach im Boden. Wuh! Das Fleisch. Das ist ja viel. So, jetzt guck ich mal, was ich hier mach mit dem Schaf. Wenn's noch hier unten ist. Weiß er nie. Wo ist das hin? Da ist es doch. Komm her. Das ist unten in der Höhle drin, also... 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 Jetzt ist... Was ist das? Nicht mehr. Soll ich die Schweine lieben, du machen lassen? Aber du... Ja, ich bin an allem schuld. Der Schaf muss ja hier runter. Nö, das ist doch scheiße. Also ich muss ja erstmal zumachen. Jetzt geht das Schaf da wieder rein. Jetzt weiß ich, was ich mit dem Eimer machen muss. Äh, wenn ich, äh... Seeds habe. Und die dann kaputt mache, habe ich wieder meine Seeds zurück. Kann ja sein, dass sie dann kaputt sind. Das weiß ich doch nicht. Wenn jetzt modern ist... Hä? In dem Wasser, wo unsere Farm ist, ist ein Oktopus. Ja, kann sie machen oder so. Den töte ich mal. Ich weiß nicht. Was bringt das? Tinte? Was bringt das? Tinte? Verliert. Irgend so was... komisches. Tinte. Tinte. Tintensack. Tintensack. Ach, wah! Ach, warte. Ich glaube, damit kann man Wolle färben oder so. Schaf hat im Moment keine Wolle, weil es hier nicht hochkommt. Ich glaube, es wird... Ja. Es wird gerade wieder Nacht unter der Erde bin. Was ist denn mit dem Schaf los? Also Wow, 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 ich verrecke, ich hab kein Essen, hast du was zu essen? Doch, 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 ich hab... Aber warte mal, hier ist doch irgendwo noch eine Suppe Ich hab... Hier ist eine Suppe Noch Fleisch Kannst du ja mal brennen Dieses Fleisch, dieses Fleisch Sind zwei verschiedene Fleischarten Ich weiß Rind und Schwein Oh, wir haben Gold Gold halt, Goldrüstung Was bringt Gold? Ich, äh Ja, toll, Goldrüstung ist weniger, äh, ist schlechter als irgendeine andere Rüstung Scharf jetzt Was ist mit dem Schaf los? Ja, komm doch mal hier runter, das macht nicht mehr Folgt mir, nur wenn ich mich beweg Wenn ich hier oben bin, kommt es nicht hoch Kommt es hoch Alles So Jetzt kann glaube ich keine Treppen steigen Also Ich werde jetzt mal was ganz einfaches machen Äh, es ist halt oben Nacht, gell? Äh, Bruder Dann mache ich hier mal ganz kurz den Weg Ja Ja, weil Ja, weil Boah Ist es scharf Äh, guck, jetzt hinkt es aber mal Ja, jetzt Die habe ich Wo ist denn die Druckplatte hin? Könntest du jetzt mal bitte Weizen nehmen und jetzt das Schaf nehmen? Das ist gerade hier oben Ja, warte Ich hole mir nur das Steak raus Ich fließ andere Fleisch rein Ja, jetzt geht es hoch, weiter hoch, weiter hoch, los, weiter hoch gehen Ja, weiter hoch gehen, noch weiter, weiter, nein, nicht runterfallen, ja Ja, jetzt fällt es gleich wieder runter, ah Alter, los, los, was machst du? Pfff, scheiß Schaf, ey Wenn Menschen denken, dass du stirbst, jetzt fiel ich dich zu Ich doch Bau das doch mal so zu, dass es nicht mehr zurück kann Achso, Entschuldigung Muss mich nicht so anschreien So, weiter läuft es nicht jetzt Äh Äh, nein Hat es vielleicht Angst im Dunkeln? Hört sich sinnlos an, aber naja Hä, wie ist denn das jetzt so schnell da hoch? Jetzt ist es da, komm, komm, komm So, jetzt kannst du es erst mal hier lassen, erst mal hier lassen Ich mach jetzt erst mal dazu, jetzt gehen wir erst mal ins Bett, damit alles Lass das Weizen los Ich, warte Das bringt nichts, da unten ist zu, die kann ja nicht mehr runter Achso, aber nach oben auch nicht gut Du kannst nichts machen, aber da läufst du nicht hoch, das ist ja lustig Ich hab das Was machst du? Also, ich hab jetzt gar nicht gesagt, was du gerade gemacht hast, aber Aha, was nichts bringt Ich hab dich geschlagen Jetzt muss ich auch mal was essen Hast du noch Fleisch? Ich hätte gern bitte Fleisch Das andere Eieieiei Guck in Dingens In den Ofen Ach, da ist ja noch neun Stück Ich nehm mal die Alles Das ist da Die Hälfte rein, ja So, jetzt mach ich das aber Oh, ne Spinne Attacke Oh, zwei Spinnen Drei Spinnen Und zwei Zombies Ja, ey, lass mal Ich weiß zwar jetzt nicht, ob du das Come fight for your ride Ich verrecke Ich verrecke Ich verrecke Ich verrecke Egal da Warum folgt das dann nicht mir Nein Aber ich bin tot Ich bin tot Ja, die sind da Hoffentlich sind alle meine Sachen noch da Ey Wenn ich mich überrasse Scheiße Das kommt Komm Das waren nicht alle meine Sachen Ja, das hat viel zu Das ist nicht mehr annähernd die Hälfte Da ist noch mehr rum Komm jetzt rein Hier, los Komm Kann die nicht durch Zyren laufen? Oh, da hinten Ah, da hinten Ja, okay Okay, jetzt dürfts Ja, das kann sein So, jetzt ist das Schaf in unserem Haus Jetzt muss ich die Tür nochmal kaputt machen, weil sonst kann die nicht raus Ja Ja, jetzt hab ich noch wieder Jetzt hab ich schon So Ach Jetzt Jetzt Änder die So Jetzt mach ich was Also jetzt Ist der Hinke grad so hoch, dass wir nicht mehr weitermachen können So, das geht nicht mehr Nein Das geht nicht Das geht einfach nicht Wie hast du Wieso hast du so'n scheiß PC? Na und? Bei mir hängt's nicht Eigentlich dürfte hier gar nichts passieren Boah Ähm Also so schlimm war's ja noch nie Noch überhaupt nicht Boah Ich hör'n Zombie Oh Ich glaub ich der Ton läuft normal weiter, aber das hängt ein Wir machen ja jetzt mal auf aufzunehmen Tschüss Tschüss waves ha 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 einfach Untertitelung des ZDF, 2020